dp audiobooks präsentiert das letzte vermächtnis ein jill carter thriller von ernst jacob gelesen von moritz brendl wir wünschen viel freude beim hören prolog jerusalem judäa römische provinz vierzehntes amtsjahr des caesar tiberius das schicksal der welt liegt nun in deinen händen wisperte der sterbende mann josef sank in die knie ein blitz ließ ihn aufschrecken und donnergrollte als wollte der himmel diesen worten nachdruck verleihen eine dunkle wolkenfront raste über die stadt und ein aprilregen prasselte auf die trauernden die soldaten und die schaulustigen herab die fröstelnd die schultern hochzogen ein blitz schlug in einer zypresse ein die menschenmenge stob augenblicklich auseinander sogar die römische wache suchte unterschlupf in einem nahegelegenen unterstand nur josef blieb um ein letztes mal allein mit seinem freund zu sein mit tränen in den augen blickte er zum gerichteten auf es kostete ihn überwindung nicht wegzuschauen tiefe fleischwunden übersäten dessen körper grausame zeugen erlittener folter und bestrafung josef zerriss es innerlich vor wut und trauer die ohnmacht darüber der hinrichtung seines mentors tatenlos zusehen zu müssen peinigte ihn bis zur unerträglichkeit hast hast du die schatulle an einen sicheren ort gebracht der todgeweihte schien seine letzte kraft in jedes der worte zu stecken josef biss sich auf die lippen die schatulle ein kleines schmuckloses kästchen aus dunklem holz mit viel geschick gefertigt darin befanden sich eine papyrus rolle und ein gegenstand dessen zweck er nicht verstand und sein mentor nicht weiter erläuterte das schicksal der welt josef blickte in die trüber werdenden augen des sterbenden auf natürlich sorge dich nicht die schatulle ist gut versteckt und niemand außer mir kennt den ort aber wozu soll ich sie nach ägypten bringen josef von arimathea flüsterte der mann mit rasselndem atem ich weiß nur eines das ist nicht das ende sondern erst der anfang habe keine angst ich werde immer bei dir sein erst jetzt bemerkte josef dass der regen nachgelassen hatte und das gewitter weiter zog die freunde und familienmitglieder des sterbenden kehrten zurück und versammelten sich vor dem gekreuzigten bitteres wehklagen erscholl und eine frau schrie jeschua warum hast du uns verlassen aber jesus antwortete ihr nicht stattdessen blickte er ein letztes mal zum himmel und sprach diesmal laut und klar es ist vollbracht kapitel 1 alexandria ägypten donnerstag 16 märz 18 15 jasmin atmete tief durch und klappte ihren laptop zu das letzte tageslicht das glasdach lebhaften geschichten ihres vaters über das antike alexandria fasziniert und wie sich wissenschaftler und philosophen eifrig über die rätsel der welt ausgetauscht und das wissen der menschheit gemäht hatten ein hauch jener vergangenheit war für sie in diesem aus holz stahl und glas gefertigten gebäude immer noch vorhanden jasmin jasmin ich fand seine rolle als hüter der ordnung nur zu gern aus einmal hatte er sie zu einer von ihm geführten tour im ganzen komplex überredet von ihrem vater wusste sie bereits dass in den nebengebäuden ein planetarium sowie mehrere museen untergebracht waren unter anderem mit archäologischen sammlungen und seltenen manuskripten Neu hingegen war ihr Hamadis Informationen darüber, dass die Bibliotheke Alexandrina eine vollständige Kopie des gesamten Internets seit 1996 besaß und sich aktiv am Million Book Project beteiligte. Dabei werden Bücher der vergangenen Jahrhunderte Seite für Seite gescannt und online der Welt zur Verfügung gestellt. Sie schmunzelte. Hamadis mochte nett und zuvorkommend sein, aber gegen ihren Freund machte er keinen Stich. Und morgen war Freitag, was bedeutete, dass die Bibliothek wie alle anderen öffentlichen Gebäude geschlossen blieb und sie den Tag mit ihrem Schatz verbringen würde. Auch ihre Dissertation zum Doktor in Sprachwissenschaften schickte sie freitags in einer Auszeit. Eine Beziehung wollte schließlich gepflegt werden. Beim Gedanken an ihn durchlief sie ein wohliger Schauer. Seine Mischung aus Charme, Intelligenz sowie das richtige Maß an Verwegenheit wirkte auf sie unwiderstehlich. Sie kam sich vor wie ein verliebter Teenager. Ich muss ihm nur noch das Rauchen abgewöhnen, dachte sie mit einem Zerfzer. Jasmin schulterte ihre Tasche und verließ den Lesesaal. Als sie in Richtung Ausgang ging, kam ihr der Korridor dunkler als gewöhnlich vor. Stimmte etwas mit der Beleuchtung nicht? Hamadi? Ihre einsame Stimme heilte durch die leeren Gänge. Jasmin verdrängte ihr mulmiges Gefühl und lief weiter. Wahrscheinlich hatte der Aufseher noch etwas zu erledigen. Entschlossen schritt sie auf die Ausgangstür des Lesesaales zu. Plötzlich löste sich von der Seite ein Schatten, packte sie an den Armen und stieß sie brutal an die Wand. Der Mann trug eine schwarze Wollmaske über dem Gesicht. Sein übler Atem schlug ihr entgegen. Mit rauer Stimme sagte er Masar al-Krei, Habibi. Guten Abend, Schätzchen. Doch er legte sich mit dem falschen Schätzchen an. Sofort zog sie ihr Knie hoch und rammte es ihm direkt in den Schritt. Der Mann jaulte auf, ließ sie abrupt los und fiel wimmernd zu Boden. Ohne sich umzudrehen, rannte Jasmin durch die Tür in den Korridor, der zum Ausgang des Gebäudes führte. Adrenalin schoss durch ihren Körper. In diesem Moment entdeckte sie eine andere Gestalt nahe beim Ausgang. Zu ihrer grenzenlosen Erleichterung erkannte sie die Silhouette von Hamadi. Sie schrie seinen Namen. Hastig drehte sich der junge Mann zu ihr um. Hast du das Licht ausgemacht, Jasmin? Wie aus dem Nichts erschien hinter Hamadi eine weitere, unmaskierte Person. Bevor Jasmin reagieren konnte, riss die Gestalt dem Aufseher den Kopf nach hinten und schnitt ihm mit dem Messer die Kehle durch. Jasmin schrie auf. Blut schoss über Hamadis Uniform. Der Killer ließ den jungen Mann wie ein Stück Müll zur Seite fallen. Bevor Jasmin reagieren konnte, hielt sie jemand von hinten fest und drückte ihr einen nassen Wattebausch auf die Nase. Unter Tränen sah sie den toten Hamadi in einer Blutlache liegen. Bevor ihre Sinne in die Dunkelheit entschwanden, bemerkte sie als letztes ein goldenes Funkeln im Grinsen des Mörders. Kapitel 2 Tal der Könige, Luxor, Ägypten Freitag, 17. März, 6.35 Uhr Der Archäologiestudent Daniel Preissner versenkte schläfrig den Spaten in der Erde und ahnte nicht im Geringsten, dass ihm heute eine unglaubliche Entdeckung bevorstand. Ein Fund, der sich seit Jahrtausenden zu verbargen wusste und dem es immer wieder gelang, ungebetene Gäste fernzuhalten. Und dies auf martialische Art und Weise. Der letzte kühle Wind blies von der Wüste her, und die Morgendämmerung tauchte die umliegenden Hügel in ein schales Licht. Vorerst störten nur ein paar Arbeiter die Ruhe im Tal der Könige, doch bald würden die ersten Touristen auf dem Weg vor ihm zu einer der größten Attraktionen Ägyptens pilgern, dem Grab des Pharao Tut-Ench-Ammun. Manchmal konnte er kaum glauben, dass sein jetziger Boss ausgerechnet ihn, den Studenten aus Leipzig, ausgewählt hatte. Praktiker waren in Ägypten generell, vor allem aber in Luxor äußerst begehrt. Und aufgrund der Reputation und der Herkunft seines Chefs bewarben sich etliche Studierende auf diese Stelle.